Hallo? Was geht ab? Gibt es irgendwelche Vorschläge? Ich komme hier nicht weiter, die Empfängnis entkommen, ja. Muss ich mal dermaßen einen Überblick verschaffen? Das Problem ist, ich komme hier nicht weiter. Äh, wir müssen da, wir müssen hier irgendwie hin. Du Scheiße. Jo. Gute Sache, wa? Kann man die nicht von oben ausschalten, irgendwie? Hä, wieso geht mein Haftschocker nicht? Warte mal jetzt. Ja, weil wir den Geräusche mit da dran haben. Wie, wie, wie ändern die... Wie kann ich denn das ändern? Ah. Noch mal auf die 3 drücken. Ja, das ist natürlich... Äh, ne? Und ich wundere mich schon die ganze Zeit, warum... Ach. Warum der Schocker nicht schockt. Aber das erklärt sich gerade, ne? So, jetzt haben wir Haftschocker. Immer deinen Schädel da raus. Ja. Kann ich runter springen, wa? Die Frage ist natürlich... Wir müssen da hin. Wie ist halt nicht, ob man... Boah, da sind so viele Wachen, oder wird? Könnt ihr jetzt natürlich hier hoch springen. Den gleichen Spaß da drüben nochmal machen. Oh, da sind zwei. Ich schaue hier. Hey, hey, erst mal nachladen. Hab nichts gesehen. Hm. Ich weiß natürlich, wo ich hier rauskomme. Hey, da unten, glaube ich nicht. Nichts, hier ist gar nichts. Richtig. Das funktioniert nicht. Wir sollten uns verteilen. Ja, das ist eine gute Idee. Dafür, da bin ich sehr dafür. Wenn du hier schon mal abhaust und du hier bleibst. Da ist auf jeden Fall eine Tür offen. Kommt her und helft mir suchen. Packen wir es an. So, du kommst jetzt wieder zurück, ne? Hm. Schade. Ja, da liegt einer von euch. Schade. Könnt ihr jetzt natürlich schnell rüber gehen? Also nimmts weh jetzt. Alter, ist alles voll. Ja, der hat den natürlich jetzt wieder aufgeweckt. Wir müssen weiter suchen. Hilf mir mal. Ich sichere dich. Ich sichere dich. Und chill. So, jetzt haben wir Ausschalten bereit. Mh-hmm. 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 Wird uns nicht viel weiterhelfen. Oben ist noch einer. Und zwar der da. Mh-hmm. Unten sind... Ich sehe dich. viele oder so, wa? Mh. Wo der ist? Naja. Mh. Gut, okay. Riskieren wir mal. Mh. 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 Oh! Guck an, der ist da drüben. Den muss man ausschalten. Den können wir da nicht rumluven lassen. Bleib mal stehen. So und der Kollege kann O'Gleyn Foundation herkommen. ich traue mich nicht den irgendwie von von nahen auszuschalten ich könnte jetzt natürlich einfach nichts gefunden diesen machen schnell nachladen lauf 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 nee alter schwede ist ja übel so wo müssen wir denn jetzt wir müssen runter war oder die linie lustig rum da würde mich aber mal ein gameplay interessieren wie jemand das schafft ohne überhaupt irgendjemanden auszuschalten das wäre mal interessant kann man ja unten drunter durchgucken kann man nicht aha die wachen der wahrscheinlich außer reichweite der da oben ist wahrscheinlich außer reichweite so springen wir hieran boah wie krass aha hinter der wand heftig heftig wie jetzt jetzt weiter hier ach da schlaf schön weiter ich frage es natürlich wo ich den jetzt hinbringen hier so runterschmeißen so wachen sind hier keine aber jetzt hast du springen da muss man hin kommen wir denn da überhaupt hin wahrscheinlich nicht von hier wir werden noch in höher müssen denke ich obwohl ich ist ein rohr aha also der typ wurde jetzt schon mal gefunden hier noch nicht die maranda wachen verfügen über strom ach du scheiße leicht hell hier sechs meter darin also quasi na hier ist ja was los passiert merkt jetzt die lampe ausschalten ja ist ihr könntest mal nachgucken sie so hier entscheiden also hier eine taschenlampe bewegt sie ohne weg war so 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 was mache ich jetzt rfid schloss an der tür du hast zwei möglichkeiten entweder folgst du einer wache hindurch oder ich trage jemanden mit chip hindurch verstanden aha ok dann haben wir uns hier mal die wache nehmen wir wachen jetzt wie sollten wir den jetzt fallen lassen ok war wahrscheinlich muss für die tür hier war alter schwede wow krasse missionen licht aus licht aus wäre hier ein bisschen quatsch muss ich sagen ich überwache ihren funk sie rufen ein sondereinsatzkommando die werden das gebäude etage für etage absuchen natürlich sag mir was im datentresor zu tun ist auf der platte die ich dir gegeben habe ist ein suchalgorithmus er sucht gezielt nach daten über sadique und blacklist es müsste alles automatisch kopiert werden mann 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 hier ist aber ein kopf voll da ohne witz und rumkühlsystem ok ist gespeichert mal ein überblick verschaffen war da kommt schon der erste unten rum was ist denn da ist wahrscheinlich unsere munitionsaufladung genau oh 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 mit denen sie automatische sicherheitsfühlen öffnen benutze die wache wachen um durch die sicherheitstüren gelangen haben wir ja schon das konnten wir schon mal erfolgreich machen